Musik Wo machst du den Kühlwagen dazwischen hin? Damit ich nicht saufen können, ja? Du weißt doch, da ist ein Säuferzug. Stopp! Das war ihr. Hier, jetzt muss ich mitnehmen. Das sind größte Autos. Wer geht an die größte Autos? Lass mich ein bisschen durch. Ich muss sagen, wenn du auch rauskommst. Ja, Feuerwehr. Was darfst du? Lass dich mal holen. Lass dich mal ganz normal fahren. Lass dich mal ganz normal fahren. Ich muss jetzt die Wenkung gerade stellen. Ich muss den schon impunnen. Ich muss den schon impunnen. Ja, ich muss den schon impunnen. Warum kann es denn jetzt nicht machen? Das war wie gesagt. Neu Denise war doch noch hier fast ein Spur. Wie war es dabei? Ach, das war ein Spur. Hei!